Ich hab mich auch schon zu zungen. Dieses Mal wirst du nicht davon kommen mein Freund. Selbst wenn du rennst. Ich bleib dir auf den Fersen. Ihr wahren Schmerz! Schmerz! Wenn du etwas sagst, solltest du dich fernhauen. Du bist ein Mann, das ist ein Mann. Rennung aus, wie das du und du darfst, was wir zu scheren! Zeit, dich zu zermalmen! Schlag's nieder! Stehenbleib! Stehenbleib! Bleib, wo du bist! Bleib, wo du sagst! Sicher ist sicher! Halt! Schrapp! Schrapp auf den Superveel! Schau mal! Ja! Ha! Ha! Ja! Und? Leifsteh! Ha! Nein! Ha! 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 Aha! Ha! 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 Der Tod eines Menschen wie dir wird immer belohnt. Der Tod eines Menschen wie dir ist. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Untertitel von ZDF, die Joe Factor umschuldiglich! Sprecher beim ZDF'renden! Schweizer Prüfer auf einem Schuss! Dieses Spiel ist. Überraschung der Barsche. Sie hat immer Zeit, um 15 Sekunden vorzunehmen! Einer gegen einen. Und wenn ich der Ball greife, dann bekommen wir unbedingt. Komm! Danke. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zeig mir noch einen Schatz aus deinen Träumen. Ja, wir werden uns beweisen, leuchtender Herr. Wir zeigen, dass wir gut sind. Für uns zu ihm. Ja. Kommt. Hier lang. Kommt schon. Wir sind der Vergnügen. Wir sind der Vergnügen. Folge uns, leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Beim letzten Mal gab es keine Orkse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Geh, Mopalanche! Schuhe, du bist viel schneller. Du weißt doch mal so kurz weglaufen. Hand dich nicht los. Ich frage mich wieder, Hammer. Karstige dort oben. Tötet sie. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihm blüht, dann kämpf besser bis aufs Blut, denn es ist wahrscheinlich der Waldläufer. Nun hat Sprengstoff im Waffenarsenal. Deshalb denke ich, wir werden mit denen marschieren. Für den Fall, dass der Grabwandler Ärger machen will. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm. Und er belohnt uns. Der leuchtende Herr muss uns den Weg zeigen. Er wird uns führen und helfen. Gehen! Ihr geht! Wir warten hier auf euch! Dein Freund scheint uns allzu gerne in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist dir die Gefahr wert. Das Wissen über meine Vergangenheit ist dir die Gefahr. Geh, 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 geh. Was ist das? Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Es gibt nichts in diesem Land, das den Aufstieg der Uruk aufhalten kann. Gar nichts. Es gibt nichts in diesem Land, es gibt nichts in diesem Land, es gibt nichts in diesem Land. Es gibt nichts in diesem Land, es gibt nichts in diesem Land. Welch ein edles Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Lass ihn gehen. Was nutzen uns diese Träume? Sie geben uns keine Antworten, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten. I'm able to move you. Das ist schwer. Das ist schwer. Du schallst dir. Beide. Ich komme ... Bblöder ... Keine Weg ... Ich komme ... Bblöder ... Bblöder ... G Robin. Bblöder ... Die ... Kölner ... Beide ... Die ... Kölner ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten Er mag den dunklen Herrscher nicht Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes Ich kann es spüren Ich glaube, wir sind die Schicksal Mitteln und die Schicksal Mitteln Die Schicksal Mitteln Und die Schicksal Mitteln